Mario Kart Was hab ich davon jetzt? Hä? Ist das ein Speedrun? Nee, hä? Pilz Ach du Geiles Level Maike grüßt Wie ist die Lage? Punkt, Punkt, Punkt Das sollte zur Schausstellung genügen Tut's Kevin, tut's Scheibenkleister Auch Pettington Gut, bin ich gut Pettylein, danke dir Kann man doch mal fragen In einer Zeit, in der Leute im Fernsehen behaupten, dass in Erdbeerkäse viele und Leberwurst viele Vitamine drin sind Stimmt In Alltagsklamotten im Bett Früher ging das Früher hab ich das sogar ein paar Mal gemacht irgendwie Was ich früher auch manchmal gemacht habe, ist mit Socken schlafen Das krieg ich mittlerweile gar nicht mehr hin Das geht nicht mehr Ohne Scheiß Ich kann mit Socken am Fuß nicht mehr schlafen Ausrufezeichen Und Nadine heißen Exakt die Das war Ich weiß nicht, keine Ahnung Ich dachte Ich dachte immer, dass ist Dass ich der Dass das die Sache des Alters ist Aber scheinbar Gott sei Dank Danke euch Nein Plötzlich Ramstein Lieder Fabrizio, danke dir Wie jetzt Kann ich einfach Nein sagen Socken in der Nacht Klingt wie so ein Lied Socken in der Nacht Sorgen meist für Schmach Oder irgendwie sowas in die Richtung Passt, oder? Nehmen wir Manchmal hatte ich auch einen Stimmbruch Das Blubbern in der Stimme Das Blubbern in der Stimme Das war ja brutal Mahlzeit auch, Alter Lass Katzenluigi Ja, ich würde ja gerne Troll Yes Ja, sehr herzereist Ich glaube auch Dann hast du meine Frau Angemacht Mit Socken in der Nacht Ja, weil lässt du doch Leute Mit Socken in dein Bett Wenn du neben deiner Haus schläfst Danke euch Oder auch HTTPS Doppelpunkt Doppelflash Static Minus CDN Punkt JT WNW Punkt Net Slash Emoticons Slash V1 Slash 300 11 75 552 Slash Slash 1.0 Als ich irgendwann gefunden habe Wie die URL für KutzGG ist Bitteschön Gern geschehen YouTube Ihr dürft jetzt KutzGG googeln Und dann von Von euren Erfahrungen berichten Es klingt abgelesen Ja, ich bin ja nicht Samu Ja, Gott, das war jetzt aber unauthentisch Das wirkt jetzt aber nicht sehr emotional Also krase 3.500 Danke euch Aber ich muss noch gleich die Ich habe noch ein paar Level runtergeladen Die muss ich noch schmieren Bevor ich das vergessen Machen wir natürlich gleich Wenn ich die Seite hier fertig gehabt Wenn ich die Seite hier fertig Gehe ab Man würde denken Wenn jemand jeden Tag mehrere Stunden Vor seiner dämlichen Facecam sitzt Und redet Dass er irgendwann reden könnte Aber das ist wieder So ein Five Nights Atreides Ding Dann werde ich skippen Bei Mario Maker 2 Gibt es fast kein Eislevel Was? Spielst du ein anderes Mario Maker 2 Als ich, Alter? Was ist Erdbeerkäse? Achso, Erdbeerkäse ist Es gibt von Exquisa ist der, glaube ich Wenn mich nicht alles täuscht Hashtag Sponsert Gibt es einen Käse, der im Prinzip Was ist das für ein Kalk? So schmeckt wie Erdbeere Und ich finde den fürchterlich grausam Aber es gab mal in einer Fernsehserie Namens Frauentausch War mal eine freundliche junge Dame Äh Was? War mal eine freundliche junge Dame Die Ich sag jetzt mal Also ich sag mal Lesen war jetzt vielleicht nicht unbedingt Ihr größtes Hobby Ich versuch's mal irgendwie Möglichst diplomatisch auszurücken Die dann dahergegangen ist Danke euch Und gesagt hat Dass da ja viel Vitamine drin sind Ich hab den noch nie gegessen Ich weiß nicht, wie er schmeckt Kann ja sein, dass der echt lecker ist Ich vermute, dass der ein bisschen schmeckt Wie, weiß ich nicht Der Quark mit Erdbeere halt Was ist der Frischkäse mit Erdbeere Geschmack, wie soll der schon schmecken? Wird der sowas ähnliches Wie ein Hochzweck Runden hinter erwarten? Ich weiß es aber natürlich nicht Weil ich hab das noch nie probiert Schmeckt nach Vitaminen, genau Also Der läuft Danke Dingens Guter Clip Moment, was? Was steht da? Was? Mlette? Was? Wie? Omlette oder was? Da fehlt das Ohr, du Ochse Das heißt Da steht sogar Omlette ohne O Wieso machst du Omlette ohne O? Was ist das denn? Trotz Rage M Ach, Moment Ich bin Aber ist das ein Multiplayer-Level? Kann man Käsesofa und Stalten Das ist eine Erdbeere-Spiel? Das ist eine fantastische Frage Ich habe keine Gottverdammte Ahnung Fuck Z Ich kann doch keine Spinjumps machen In Super Mario Bros 3 Was ist los? Ja Raugen hat gerade durchgeatmet Was ist denn los? Was, was, was? Aha Und ist das schwierig? Darf ich darüber reden? Nein Raugen schreibt keine Bewerbung Ja Darf ich doch sagen? Guckt doch der Chef nicht zu Hallo Chef von Frauen Sie sind ein guter Mann Sie können nicht bei mir her Zurecht Ist scheiße bezahlt hier Ich habe ihn Clip gesendet Dem guten alten Ich weiß nicht mehr Wie der heißt Äh, äh Ich meine Ist natürlich Äh Also der Also der Äh Äh Christian Ist schon echt ne geile Sau Also Auf den lasse ich nichts kommen Frauken Kommt immer nach Hause Hat gesagt Der Christian war heute Aber richtig Freundlich Nur für Frauken Kauf dir was Schönes Jetzt auch nicht Dank Das muss Frauken jetzt machen Warte Socken in der Nacht Danke Träume sind erwacht Feuer im Vulkan Wir beide Arm in Arm Tau auf heißem Sand Nie gesehenes Land Socken in der Nacht Was hast du gemacht? Nur für den Augenblick Sollte es sein Mehr habe ich nicht von dir gewollt Jetzt legst du neben mir Mein Herz in der Hand Socken in der Nacht Was hast du gemacht? Bete die alte rumänische Wanderwarze Destruktuit an Hunde Ich bin heilfroh Dass irgendwer erkannt hat Easy Danke dir Sehr schön Danke Pat 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 Patatron Patatron Patatata Patatapa Knisi Easy Und Pettilein Danke euch Sehr lieb Was hast du denn für einen Wunsch Was Frauken sich davon kauft? Oder ist dir das egal? Vorschläge nehmen wir natürlich gerne an Fantastisches Lied übrigens Easy Das wird Es wird jedes Auf jeder Familienfeier Gia freu dich schon mal drauf In ein paar Wochen ist ja die nächste Ich hoffe da bist du da Da wird aber mal richtig gesoffen Alter Ist ja nicht auf meine Kosten Da wird das jedes Mal gespielt Ebenso wie natürlich Vogel der Nacht Flieg hinauf bis zum Mond Danke euch Omas ist am Oma feiert am 10. Nacht Das meinte ich auch 10.8 Das wird großartig Herr da mal fein Der alte Muräne Äh Ich glaube mit Y Ist die Q jetzt auf? Boah Ich hatte eigentlich Ich hatte mit Frauken gewettet Dass der bis Mittwoch wieder da ist Dadurch dass wir morgen nicht streamen Tja Dann schon Ich frauen wohl einen ersten Jetzt habe ich ja Gott sei Dank zumindest 100 Witz von Pets Das wäre jetzt auch gemein Ach ich kann ja hier dran klettern Ich bin total bescheuert Man kann auch anstatt einfach mal das Gimmick des Levels zu spielen Sich selbst einfach geradeaus in den Tod stürzen Freunde Das ist immer eine gute Idee in Mario Maker Das bringt Leute bestimmt zum Lachen Das war natürlich Absicht Jesus Große Große Mann Fatschi you Das wird der aber nie sagen Der Abil Auf den Abil lasse ich nichts kommen Außer vielleicht manchmal mal eine Ladung Was? Äh Danke euch Weiter im Text Nächste Seite Gut Dann wären wir jetzt nämlich erstmal 3300 Alter Vielleicht schaffen wir heute noch unter die ersten 3000 zu kommen Was ist das denn für ein Flusen? Sieht man den? Ja guck mal Der ist so groß Dass man den in der kleinen Facecam sieht Der verfickte Er erzählt die ganze Zeit Dass er vor jedem Stream duschen geht Das sehe ich Jaja Abil war der große Mann Typ Der Freundliche Herr Mehr oder weniger Freundlich Ein Haar Boah wenn das eins von meinen Haaren gewesen wäre Dann hätten wir mal Dann hätten wir mal ein Problem Alter Das Level habe ich glaube ich von Yoshi bekommen Ah guck mal Falk Ein Eislevel Der Code dafür ist in der Level Schmarde Um da nochmal kurz drauf zurück zu kommen Ich empfinde es sogar so Dass sehr sehr viele Eislevel im Moment im Umlauf sind Ehrlich gesagt Dadurch dass das Ich habe das Gefühl Dass viele von den Sachen Die neuen Mario Maker 2 sind Im Vergleich zu Mario Maker 1 Dass die häufig genutzt werden Ich empfinde Ja ich bin dann sehr sehr Schön dass selbst ich diesen Satz Nicht ohne mich kaputt zu lachen rausklinge Geradeaus Dankeschön Ich bin dann sehr sehr empfindsamer kleiner Panda Wollte ich eigentlich gesagt haben Bin ich auch Ich bin halt ein emotionaler Kleiner Mensch Sieht aus wie so ein Drachengesicht Möchte ich hier runter Hey Ich war sehr kurz davor Einfach geradeaus in dieses Loch zu springen Mit einem Mensch Ich bin eine Katze Dachte ich Jetzt war ich den ganzen Tag nur dämlich rumlieg Spiele spielen Und mir selbst am Ne das nicht Ne 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 das ne Wir brechen das jetzt ab Wee Knee Sie Halbdank Ein Löffel aus der Eiszeit Ja in der ich geboren bin Wie wir alle wissen Dankeschön Knösösen Hast du den Namen Knösösen Schon aufgeschrieben? Aha Ach wenn ich dir einen Namen geben Scheiße also nicht Aha Hör mal ey Wir sind verheiratat Dachte wir wären Freunde Jetzt hast du aufgeschrieben? Wie viel hast du jetzt? 105 oder so? What? Genau 105 Pfloppt Ich dachte eigentlich Dass die Wartezeit von Anfang an da war Aber ich glaube die funktioniert manchmal nicht Also das soll Danke euch Danke euch Das sollte eigentlich von vornherein Cooldown gehabt haben Ach ja Spiel einfach dasselbe Level nochmal Warum würde man aufmerksam sein? Ich hätte ich dem Stern geben können Ich bin ein Trottelkind Aber das macht gar nichts Peak Performance Von Adult Twitch Adult Twitch Darf ich da auch mitmachen? Shell Platform Blablabla Das ist glaube ich auch von Markus J-Pow J-Ray J-Ray Aha Ich dachte Ray hätte kein Mario Maker 2 Wahnsinn Aha Muss ich nach unten drücken? Ich dachte ich kann da einfach reinspringen Hä? Ich lerne ja einen Haufen neuer Sachen Ach jetzt geht's auf einmal Wahnsinn Hashtag Ray Seht das als Präzisionslimm? Ja sowas hast du Spaß Markus? Alter Ich hoffe das hat ein Checkpoint Danke Immerhin Das mit den Toilet Dinger waren in einer extremen Challenge Echt So schwer kam es mir gar nicht vor Ich hatte eher das Gefühl Dass ich keine Geduld dazu hatte Und dass ich einige Sachen nicht verstanden habe Das Ich glaube Abgesehen da Ja ich meine gut Da kann es natürlich dann auch einigen anderen gehen Abgesehen Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl Dass das Level irgendwie übermäßig schwer war Ich hatte nur keine Geduld mehr dazu Shit ich hab die nicht gesehen Scheiße Aber egal Weil hier krieg ich einen neuen Yes Schieß Alter Der Käse is real Shit Oh jetzt haut da rein raus Okay 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 Hahaha Yanni 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 Cooles Trainingslevel für die Cooles Trainingslevel für das Ding Der Anfang war mir ein bisschen zu langsam Aber wenn man sich dran gewöhnt hat Ist natürlich ein cooles Level Danke euch Also danke fürs Einsenden Sorry Das Level hier war mir einfach zu Weil da habe ich keine Geduld zu Das andere Level war natürlich vollkommen cool Danke dir Markus Äh Machen wir noch zum Ach weißt du was wir machen Ein bisschen online oder Da habe ich Lust drauf Ist das hier Ja Ich glaube schon Danke euch Sehr lieb Cool im Quadrat Genau Die coole Socke Ja genau Machen wir Machen wir ein bisschen online Und da gucken wir vielleicht noch ein bisschen In den Endlos Modus rein Taube im Menü Ja Da fliegt auch manchmal Für die Leute Die aufpassen Fliegt manchmal im Nacht Modus von einigen Leveln Fliegt ein Hund als Rakete durchs Bild Das ist ganz schön niedlich Warum geht hier schon wieder gar nichts Nintendo Ich zahle Geld für euren Service Funktioniert gefälligst Wenn das jetzt jeder Subscriber hier auf Twitch sagt zu mir Dann habe ich auch ein Problem oder Kruz Ich zahle Geld für diesen Service Funktioniere gefälligst Oh Spielst du mal Achso Moment Ich kann das gerne jetzt spielen Schade Stimmt Jetzt bist du ja da Wenn du jetzt zuguckst Könnte ich das danach gerne tun Sagen wir mal Nach dem nächsten Sieg im Versus Modus Oh guck mal Versus Level Ich finde du merkst richtig Dass in dem Spiel so langsam Aber sicher Dass das Boo System anfängt zu Funktionieren Finde ich Oh der hat mich umgebracht Die alte Sau Die dumme Sau Oh jetzt kriege ich die Power Hab ich schon verloren Oh Gott Oh Gott Warte mal Ich könnte natürlich Was ist wenn ich mich jetzt einfach dahin stelle Und warte Wenn jetzt Was ist es Was ist wenn das Ziel des Levels ist Diese P-Switch zu aktivieren Ich mach's mal nicht Moment Nee 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 Hau ab Du Arschloch Hau ab Ich bin enttäuscht Scheiß Nein Mario ist hier hingegangen Er war klüger als ich Chris 28 Du Cheater Hä Was ist das denn für ein Scheiß Hä Hätten wir den Level einfach schaffen Ich hab keine Lust mehr Ja hilf mir Wir brauchen Hilfe Alter Ich glaub auch Bringt der was Scheiße Bringt mir das hier was Nein Wie viel Uhr Alter Hauptsache am Ende Malst du ne schöne Maske Mit rollenden Augen Du Fähnest Huuu Huuu Pfui Huuu 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 Huuu